Hallo zusammen, das ist Lirim und ich bin Ismail und wir werden euch jetzt unseren Berufsalltag bei der Firma Chantre vorstellen. Als Gebäudetechnikplaner macht man Wasser-ab-Wasser- und Gasanlageplanen, Grosse und Kosten der Anlagen berechnen und Offerte erstellen. Was ich besonders bei der Firma Chantre finde, ist, dass ich sehr viel Unterstützung bekomme von den Mitarbeitern und auch noch von den Chefmonteuren und den anderen Lehrlingen. Für die Lehre ist wichtig, dass man sehr gut in Mathematik ist und auch man Freude am technischen Zeichnen hat, von Hand und von Computer. Als Heizungsplaner entwerfen wir Planentwerfen und den ganzen Fortschritt einer Baustelle mitbegleiten. Was mir am meisten an diesem Beruf gefällt, ist, dass wir nicht nur im Büro sind, sondern auch auf den Baustellen und den Kundenkontakt noch dazu pflegen. Das Spezielle bei der Firma Chantre ist, dass wir untereinander ein sehr familiäres Verhältnis haben. Um bei uns zu starten zu können, müsst ihr Kreativität mitbringen, Freude am Kundenkontakt und ihr müsst auch gerne mit Zahlen arbeiten können. Hoffentlich hat euch der Übrig gefallen. We are Chantre! Bewirb dich jetzt!